Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5.0, wir würden einfach trainieren, oder? Ja. Die Zeit wird er. Alle sind bereit? Was von der Kartei-Karte, Makoto? Ich zeige es zu Sis. Sie hat es aus meinen eigenen Händen genommen. Makoto. Ich verstehe, wie Sie fühlen, aber Sie müssen nicht so schrecklich sein. Ja, wenn wir das so schrecklich sind, dann sind wir fertig. Es ist viel mehr als zu verlieren, den Platz in dem wir leben. Wir können sogar verlieren unsere Leben hier, du weißt. Es wird alles gut. Ich will, um meine Frau zu retten, egal was. Alle haben sich entschieden? Ja. Alles ist gut, was Ende ist gut. So viel hat sich passiert, seit wir erst angefangen haben. Sie haben sich ziemlich das Team benötigte. Okay, Joker. Das ist der finalen Heist der Phantom Thieves. Gib uns das Signal! Es fühlt sich wie das Finale an. Mit dem Lied vor allem. Mit Life Will Change, wie das Lied heißt. Jesus. Ah. Ich sollte etwas schreiben. Ich werde es sagen. Ich werde es für Verstoß beleidigen. Ich werde eines behalf� Lied! Hä? Hä, wo ist der Schatz? Was? Ganz an meinem Plan, seid ihr wirklich gekommen? Nach ihrem Plan? Nein, hast du uns mit dem Schatz hierher gelockt? Deswegen haben wir seine Umrisse auch nur unscharf gesehen. Ich muss euch loben, ich hätte nie erwartet, dass ihr es soweit schafft. Der Schatz würde uns mehr herbringen als Lob, also wo hast du ihn versteckt? Kommt, wir sollten das ein vor allemal beenden. Sie will anscheinend, dass wir erfolgen. Verdammt, sie versplottet uns, los hinterher! Ja, also bringen wir uns sicher zu Zeiss an. Seid ihr bereit? Okay, dann gehen wir. Schmester, ich beschütze dich, koste es, was ich wolle. What kind of game will it be this time? No matter what you bring out, we will emerge victorious. You are making a great mistake if you think you have me cornered. I only guided you here because this place allows me to fight to my heart's content. Sis. When my father died in the line of duty, I hated his killer from the bottom of my heart. Dying to uphold justice sounds virtuous, but the ones left behind have to clean up the mess. Can you imagine the hardships I had to endure? Perhaps I had overestimated her. I thought her reasoning would have been more noble somehow. Well, she's lost control. This is wrong. Justice cannot yield to evil. I must win, no matter what. This is nothing more than self-righteousness. All we need to do to determine who is right is battle. Now, why don't we begin? Uh oh. Dude, I have to do something with Glücksspielen to do. A clash of brute strength is simply uncalled for on this stage. What is she intending? No more coins or playing games. We ain't following your damn rules. Oh, you will. There is no room for negotiation. You will know soon enough. What was that? Now, come at me. You'll save her, right? All right, everyone. Be on alert. May the best player win. All right, let's do it. Let's do it. It's like you're going to be using a normal camp. I don't know. 4. 4. 4. 5. 6. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 9. Also Wette auf HP. Oh nein, oder? Sei vorsichtig vor der Bestrafung? Ja, was ist denn die Strafe? Okay, wir greifen sie nicht mehr an. Alter. Ohhhh. Ist es auch rigged? Also ist es auch hier? Ja. Tage vor jeder Runde voraus wo der Ball hinfällt. Abhängig vom Ergebnis gibt es Boni für Verwündete oder für Gegner. Je schwerer die Voraussage, desto größer die Boni. Achte auf den Kampfverlauf bevor du dich auf eine Tal festlegst. Oh, was soll ich setzen? Mach mal die sichere Wette. Wo wird die Kugel landen? Rot oder schwarz? Schwarz. Da war irgendwas. Habt ihr es gesehen? Da war irgend so eine Platte oder sowas. Ja, irgendwas war da. Hier, sie benutzt einen Glasdeckel. Das hätte ich auch gesehen, weil es wäre eigentlich auf ein schwarzes gegangen. Machen wir mal Kodo. So. Auf sie vertraue ich nämlich. May the best player winnen. The stuff displayed on the monitor changed. That must mean the betting changes every time. Ja, dies muss das Geld. Weil ich hätte ich kein Leben gehabt. Persona! Hi Pixie! So. Ah. App корпusat auf meine curate hierher. Das macht das nicht. Sieben alles. All's left is to wait for the next roulette spin. Very well, time to make your bet. Well, how will you bet? Hopefully your prediction will be correct this time. Yes! 6.000 Yen went away. You coward! What are you so quiet for? Say something! Shut up! Shut up! Oh oh. Oh, yeah, it begins first, right? I almost thought about it. Dude, what the hell is that? What is that for a murder machine? Everything! No one in this world deserves to win except for me! If you still dare to defy my justice, then prepare to be totally crushed! This... is my sister's true nature? We're finally back to a normal fight. Good luck, Joker! Dang it. What? The roulette panels changed? What are all the demons? Little punk! No, what is that? She's way more powerful than before! Don't underestimate her! Misaka! Go down! Whip him, Persona! 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 Prepare yourself! Persona! Persona! Nein! An Instant Kill wird's nämlich nicht geben hier. Was ist denn das jetzt? Ach, bekommen wir den der Angriff dann ab, oder? Was ist das jetzt? Oh, nuclear. Oh, ja. Ah. Verstehe. Das ist eigentlich sogar eine coole Idee. Jetzt würdest du... ja, jetzt würdest du Nuklearschlag einsetzen. Okay. Ich muss einen nuklearen Griff haben. Hat sie doch grad schon, oder nicht? Ist die Resistente dagegen? Hä? Wieso sind die jetzt gegen alles resistent? Wieso sind die jetzt gegen alles resistent? Ach, weil erstmal das fertig kommen muss, oder was? Oh, ja, da wird kein Schuss sein. Ja, dann greif mir an, das macht mir mehr Schaden. Außer du, du kannst es theoretisch noch hier machen, weil das macht nämlich doch viel Schaden tatsächlich. Ja, mach's noch mal, mach's auf Makoto. Ja, mach's noch mal, mach's auf Makoto. Ich guck halt, vielleicht könnten wir es hier doch noch vielleicht irgendwie schocken. Das war halt an sich ganz geil. Ich guck halt, vielleicht könnten wir es hier doch noch vielleicht irgendwie schocken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Wie ist das denn? Ich weiß nicht. Jetzt ist es halt auch ein Schaden. Wir sind natürlich auch gegen etwas schwach. Kann man ja jetzt Schaden zufügen, oder? Ne, jetzt ist die Vision auch noch resistent, aber man kann ja natürlich Schaden zufügen. Klar, aber das ist halt resistent dagegen. Aber ich glaube, sie nimmt schon viel mehr Schaden dadurch. Außer jetzt da natürlich. Was landet denn? Psycho, oh oh. Was ist gut gegen Psycho? Psychokinesis. Oh, eigentlich hätte ich gerne mal Kota ausgetauscht, halt jetzt für die Phase, aber wir konnten halt nur Ryuji austauschen, weil sie halt am Boden lag. Aber man kann tatsächlich die Gruppenmitglieder im Kampf austauschen, das ist ja krass. Oh, nö. Jetzt hätte ich sie gerne ausgetauscht, verdammte Scheiße. So war nicht. Voll nervig. Aber so gut bist du eigentlich nicht, ne? Ich habe jetzt halt reingenommen, damit wir halt wenigstens eine haben, wo nicht, wo halt quasi sich Schaden, also quasi, halt nicht so viel Schaden durch den Psychoangriff bekommt. Ich glaube, man ist sicher, war das gar nicht schlau, hier Harlow überhaupt reinzunehmen. Verbringen tut sie eigentlich jetzt nichts. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Er hat davor schon nicht getroffen. Wir müssen sie echt mal austauschen. Wir sehen, wir können halt auch nicht... Das drückt mich halt auf. Ja, ich sollte sie, glaube ich, mal austauschen, die Harlow. Aber gegen wen? Das ist so lächerlich. Ich kann auch mal Horror austauschen gerade. Den könnt ihr mal auswählen. Der Yuki. Das war gut! Deswegen greift sie wahrscheinlich Makoto an, weil sie halt... Weil sie ja richtig guten Schaden gemacht hat. Oh man, wir hätten öfters angreifen sollen. Makoto, das wusste ich jetzt gar nicht. Äh, ja gut, Makoto können wir jetzt drinnen lassen. Catchy kann man auch nicht tauschen. Ach, Mann. Ja, das ist so dann gut. Das ist allgemein Schaden, oder? Was ist das? Das ist nicht gut. Oh Gott, Skull! Jesus! Morgana, wir brauchen einen Heiler hier drin. Da haben wir schon zwei andere, aber die sollen eigentlich angreifen. Deswegen haben wir mal Morgana drin, damit er halt mal heilt. Immer mal wieder. Der doch, glaube ich, die stärkste. Der kann auch am besten heilen, sehe ich gerade. Ja, sehr gut, Segen macht es auch wieder voll viel Sch... Oh Gott. Ja, genau deswegen haben wir einen Heiler drin. Genau deshalb haben wir einen Heiler drin. Alter. Es war eigentlich so klar, dass das passiert. Ich wollte gerade sagen, boah, die ist ja fast tot. Natürlich verfehlt er dann, damit es noch länger dauert. Danke! Und da gibt es danach noch eine zweite Phase. Er ist nämlich schon ein bisschen einfacher, aber vielleicht nur Rafa mit dabei ist voll stark. Oh Gott, es macht aber extrem viel Schaden. Leck mir den Marsch. Mega oder? Oh. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Let's go. You're a mod. Mach's ja alle. Boah. Das war's echt? Ja. Jawoll. Es lief doch. Was ist das denn? Ich hätte alle TPR in das Verbinden wieder her. Aller Verbindeten. Genau, das ist glaube ich der normale Schlag. Oder halt quasi ja der normale Schlag, aber nur ein viel besser, deswegen. Das natürlich austauschen. Aber echt wahr. Aber gut Leute, ich muss hier die Folge benennen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Persona 5 und ciao.